So, da ist flüssig, fest, kann man auch sehr schön hier rausholen und auch ganz toll das ganze Ding anheben, na gut, da habe ich ein bisschen mit dem Daumen nachgeholfen, auch nochmal so, also echt das geilste Zeug, übrigens ja, das ist eine Schaftaste, hopp, na, Flüssigkeit wäre da jetzt rausgekippt.